ja hallo und willkommen zurück zu let's play enter the gun geon oder gun engine wie auch immer so ich nehme die strafgefangene ist finde sie am besten obwohl jägerin mit dem hund ist weiß ja nicht was kann der hund irgendwie hier können wir das sehen dass wir so haben passiv kleines ein treuer begleiter findet gegenstände wenn räume gesäubert werden leistet der jägeren gesellschaft schätze naja naja was haben wir hier hier haben wir glaubt sein lügen ist ein foto das die strafgefangene mit in den ganzen gebracht hat auf dem weg zur bröche von auf dieses foto starre später wurde sie aus der arrestzelle entlassen wütend machen das foto geht wird manchmal wütend wie so auch immer aber wütend wir mehr der match deswegen ok mal sehen ok nochmal neustart das war gerade sehr kacke von mir so jetzt auch mal hier richtig ne so komm her gott danke der mit seinem tisch ne immer im verstecken hier ne kein ding nachladen ok auch besiegt magier geht in sauer alter der magier der fickt mich gerade so kein ding so du blöder magier bist da und halt aber so viel abgeschoben abgezogen hat los mit mir da hat man nach manche wenn ich die taste drücke geht sie aber nicht so nach und schon so kleinen zicke hier ich glaube recht unten müsste dann oder so glaube ich nee okay oh gott oh gott oh gott perfekt zeit für ihn ah mir so gut getroffen da rennt er rein haha schön da ist da nachladen schön ok hier kommen wir nicht durch das heißt eigentlich wenn wir jetzt hier lang gehen kommen wir gleich eine truhe oh gott komm 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 will aber nicht nachladen das ist gerade mein großes problem ich drücke halt die taste ne und irgendwie will nicht so ok oh komm her na los geht doch so muni ok muni brauchen wir nicht so item geschmolzener fels leisen explodieren oh das hört natürlich sehr extrem geil an oh schlüsselband übersehen oh das könnte sehr geil werden das passiert gibt drin das ist ja nur das p can und es ist so down danke ich gehe mal wann geht er mal um rechts immer links da unten hin ich bin mal gespannt schön hier geht es wieder nicht wieder ein verschlossener eingang und der shop ok nehme ich mal klebe und explosiv aha dann ok gut zu wissen aber ich halte erstmal meine explosionen explodierenden leisten wir mal gespannt wie viel items ist auch so allgemein hier gibt okay nehme ich mal kubelkanone das sieht doch mal geil aus das gefällt mir hätte nur teleportieren können aber egal sieht wirklich geil aus aber stark weißes garten ist doch jedoch doch doch ok ihn hier abballern schön so nachladen ok den haben wir hier würden jetzt wieder ihn ok diesen gut die beiden zwölf länge ist das cool aber auch schwer ok die musik das geilste ist hier kommen so kleine teile fuck kann super benutzen um den schaden zu machen oh ich hab mich kalt erwischt ey wo ok ok oh god oh god oh god oh nein oh nein verdammt ich bin so nubi in diesem game ne neustart verdammt ey ok oh muss erstmal die andere waffe So, nachladen. Gehtroffen. Schön. So. Oh, komm. Okay, wieder Leben bekommen. Ja, ganz nett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lustiger Geist. Okay. Geh mal hier lang. So. So, down. Nachladen. Hat man die Waffe fallen gelassen? Hat man die Waffe fallen gelassen? Das kapiert gerade nicht. Aber egal. Gehen wir mal nach oben. Ruhe. Dreifacharmbrust. Okay. Benutzt es mal statt die Strotflinte, ne? Oh, ich habe wirklich die Strotflinte noch dabei. Wie gemein. Verlangsamt, ne? Oder ist das diese... Blutspur. Ja, die ganz netten, aber... war es noch nicht so. Hm. War es noch nicht so. Nee, irgendwie... Sag mir zu. Ah, verdammt. Komm her. Gut. Geh mal hier lang. So. Down ist er. Okay. Dann noch die Besigner und bekommen eine neue Truhe, glaube ich. Hoffe ich mal. Toll. Schön. Eine Karte. Scharfschützengewehr. Verdammt. Verdammt. Ah, der Thorne ist ganz nett. Karte ist... Uh, eigentlich sehr geil. Der Rüstung eigentlich. Scharfschützengewehr. Nur die Rüstung. Erstmal die Rüstung, ja. Geh mal hier hin. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich es gut spiele und sich die Rüstung lohnen wird. Oh, ich brauche einen Schlüssel. Oh nein, nein, nein. Schlüssel. Wenn ich keinen Schlüssel bekomme, ey, dann... Ja. Raste ich es ein bisschen aus. So. Wir haben noch einen Raum. Bitte. Ganz viele Gegner. Die Rüstung ist weg. Ich bin zu ungeduldig gerade. Ey, nein. Oder? Warte mal. Verdammt. Okay, den Boss besiegen. Vielleicht bekommst du dann die Waffe und die Truhe. Was ist das, gell? Hoffe ich es mal. Bitte, 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 bitte. Nein. Ey, du bist so dumm. Du bist so fäh. Kann mich, glaube ich, schon mal verabschieden, ne? Scheiße, ey. Was für ein behinderter Gegner. Das Dumme war, ich hatte im ersten Run voll den einfachen Gegner. Nun bekomme ich so einen Ozu-Gegner. Nicht Ozu, sondern Tohu. Genau, Tohu. Alter, ey. Du bist so ein dummer Drecksack. Das sind die selbst verbrennt, ne? Das ist nochmal Schuss, geliebte Welt. Noch eine Runde. Ist mir scheißegal, wenn es Überlänge wird. Alter. Alter, alter, alter. Ich werde endlich mal weiterkommen. Oh man, ich bin falsch geschwungen. Oh, ich tilte gerade, übelst. Ich spiele gerade viel schlechter, als ich normalerweise spiele. Nur weil ich hier gerade tilte. Gar nicht gut. Äh, tilten bedeutet halt, ja, man wird, ja, traurig, sozusagen. So, das Game. Alter, ey. Man spielt gerade richtig beschissen, weil man gerade plötzlich die beste Laune hat. Jetzt bekommst du Schlüsseln, ne? Dieses Game. Oh man. Komm her. Mit mir nimmst, ey. Das Schlimme ist, Schrottlind ist auch halt so mega Whisky. Weil man macht nur guten Schaden, wenn man nah ist, praktisch. So, was haben wir hier? Fehlschuss-Raupe? LOL! Was bist du denn? Wie geil bist du denn? Boah, mit Gift. Wie nice. Kannst du halt durchs, eigentlich? Yo. Boah, wie gut bist du denn? Himmlische Waffe. Wart mal, wenn es hier ist durchgehen, ne? Ah, und damit auch vergiftet. Hab Gott Leben verloren. Schön. Oh, herrlich. Hm. Du blöder Geist. Okay, muss ich dafür bekommen? Ja, jetzt bin ich gleich wieder down. Das Schlimme ist nur, weil ich kacke gespielt habe. Äh, ne, ich mach noch einmal. Oh, komm. Ich mach mal hier, volle Konzentration. Ach, nö. Okay, naja. Ach, du Scheiße. Was, 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 was hier los ist? Das stattdere ich sogar vor Angst. Hey, dieses Game. Wow. So, jetzt bitte. Nächster. Dankeschön. Halbes Herz bekommen? Schön. Man, diese Waffe, diese Raupe, die war voll cool, diese Raupenwaffe. Danke. Okay. Sonst, was haben wir hier? So. Bam. Nachladen. Nö. Ah, der Geist nervt mich am meisten. Bulltime. Okay. Dann ist alles langsamer um uns herum. Okay. Interessant, aber... Nein. Ich mag eigentlich diesen Molotow-Cocktail. Ich finde es besser als die Uhr, halt. Molotow-Cocktail, vielen Dank auch. Schwachkopf. Was für ein Arschloch. Der hat mir einer den Molotow-Cocktail geklaut. Wie gemein. Wie gemein. Alter. Okay, bitte. Was ist das für ein Überbuch? Ich glaube, grünes Buch ist sehr gefährlich. Nee, ist down. Okay. Rot. Danke. Gut. Bisschen Geld bekommen. Na. Was eigentlich ist der Molotow-Cocktail? Ach, das ist schön. Ich habe den ja nicht mehr. So. Down. Okay. Muni bekommen. Ach, du Scheiße. Ich komme jetzt durch und da ist auch der Händler. So. Gott. Oh mein Gott. Lecko Mio. Nee, nee, das wird nichts mehr. Ich komme jetzt ein Leben eigentlich. Warte mal. Passt mich mal hier hin. Kann man da auch eigentlich das Leben nochmal holen. Das halbe. Na komm. Jetzt nicht so tilten, sondern jetzt mal hier Leistung zeigen. Gehen wir mal nach links hin. Boah, das war knapp. Bisschen Geld bekommen, wieso nicht, ne? Mal hier hin porten. Dann gehen wir mal zur Resten Seite, dann kommen wir zum Shop und können wir uns geile Sachen kaufen, ne? Haben auch ordentlich Geld. Wieso nicht, ne? Geht doch. Alles locker, easy. Hallo Shop. Okay, so. Schöne Waffe. Ich hätte gerne das ganze Herz. Ich hatte auch gerne den Schlüssel, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir haben eine Waffe bekommen. Ja. Gefällt mir. Eine schöne Waffe. Okay. Da oben die Truhe. Ja. Könnte ich aufmachen. Wegen Geld. Schlüssel, Geld. Geld, ja. Also, ich hoffe, wir bekommen noch zwei, äh, Dings. Münzen. Okay, Gegner schaffen. Aber den kennen ich. Ich fand nicht so schwer, muss ich sagen. Okay. Fuck. 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 fack er macht mis let's fail tschüss bis zum nächsten mal genauer magi